Herzlich willkommen zu einer Wetternet-Aufnahme, euer Exemplator 2 zu 12. Part Braucht was von München weg, München-Nürnberg, Gefahrengut und Bonus Bonus ist immer am besten, weil Gefahrengut gibt man Bonus, bloß vielleicht noch ein paar Bonus dazu, weil so kann man wirklich schon wie so eine Merville fahren und dann werde ich relativ schnell ausbauen, dass ich jetzt gleich ein Mittel dazu und dann werde ich nochmal ab So, ne, warum, ihr mochte, ne, 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 nicht, ne, auch schon, ne. Ich weiß nicht, was das bedeutet, mit uns zu entschicken. Ich weiß nicht, dass ich den Auftrag vorbestellt habe oder so. Ich weiß nicht, was das bedeutet, mit uns zu entschicken. Ich weiß nicht, was das bedeutet, mit uns zu entschicken, mit uns zu entschicken, mit uns zu entschicken. Ich weiß nicht, was das bedeutet, mit uns zu entschicken. Ich weiß nicht, was das bedeutet, mit uns zu entschicken. werden will dann hat man ja auch den abstand überhaupt sich nicht vom hund aber auch nicht zu weit fern nur noch genau durchlesen wieso genau wusste wo wie ich das bearbeiten kann bitte mehr dafür will ich sagen Ich muss nur noch einrufen, mit dessen würde ich es finde ich gut, aber das finde ich nicht so gerade. Ich muss nur sagen, für mich wäre es nichts, Bein zu rufen, muss für einen Niedersatz und Wunsch machen, und ich vorher bewehr, das bedeutet, du bewehrst dich bei 1.000 Euro zu machen, und dann wäre ich, was würdest du denn von groß haben? Wenn du weniger als 1.000 Euro verdienst, kriegst du 1.000 Euro, und wenn du gar nicht verdienst als 1.000 Euro verdienst, kriegst du es doppeltig, glaub ich, zumindest. Bin mir nicht sicher, aber für den Hausnummer 1.000 Euro ist sicher. Das ist irgendwas. Und so. 33 Jahre im Medienmarkt. Wow, das nächste Jahr ist es 34. Noch verrückter. 34, 35, ich sage, okay. Also nicht auf 33 Jahre im Medienmarkt, also nee. Sowas überhaupt nicht. Und die man kann mir nichts dazwischen morgen, weil ich laber da beben bei. Es ist nur Hintergrundmusik. Also... Ich mag nicht nur Magneska und gar nicht. Ja... Die wärm auch schon deutlich besser. Das gibt es jedes Jahr eigentlich vor Weihnachten, finde ich eigentlich recht gut, weil man... ...wenn man mit Donalds-Gänger isst, sagen wir so, pro Woche mindestens einmal geht. Oder wirklich anderen, der jeden Tag mit Donalds geht. Und große Gewinnchancen hat. Zum Beispiel Mittag und Abends, wenn man mit Donalds geht. Also, ich habe Zeit aus dem Kochen. Nein, das ist ja immer so. Dann hat man große Gewinnchancen auf Preise, aber sonst nicht. Ich bin gespannt, wie lange ein analoges Radiosignal noch kommen wird. Aber analoges Radiosignal lasse ich nicht so leicht abschalten, wie jetzt zum Beispiel jetzt mit Satelliten. Zum einen wollte der Dich herren. Dann hat es so leicht abgeschalten, weil er hat D-Gekommen so ein Pipapo. Und so. Und so. Und so ein paar Daumen. Da haben wir länger gesagt, noch braucht und so. Also, wir haben Mützen, dass wir das hier machen müssen. Oh, wir haben unseren Knochen heute Abend nicht mehr genug. Aber wir sind hier schon von dem E-Gekommen. Ich bin jetzt hier noch dran. Aber wir sind hier noch so. Wir haben unsere Knochen. und so oder die mutter die heiße ist und als der mutter wieder braucht der auch es sind gas ist schädlinger schon das war es so aber hoher hoch wenn unterschiede erbten so was uns die bergenden Ich bin mir nicht so sicher, aber in Doppelfilm gibt es ein gutes Angebot, ist es ja. Dann fährt man dann Gruppe mit Leuten, die man vielleicht nicht kennt, und macht einen Skipad einen Tag lang. Skipads, Preis, alles günstiger als wenn man z.B. alleine hinfährt. In der Brustgruppe hinfährt, ist man immer noch günstiger. Weil zum einen, du bist da, feierst den ganzen Tag und bist viel günstiger, weil du kaufen Gruppen-Ski-Pässe. Das bedeutet, wir kaufen wie immer Ski-Pässe, hast du Gruppen? Und können da durch einen... ...könsiger Preis. Ich weiß nicht, nein. Ich bin nicht mehr davon. 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 Ich bin mehr davon auf Seine Werbe-Logo draufmachen. Und so. Sagen wir es mal so. Ich versuchte, es nicht zu machen. Ich mach es ja nicht in dem Video. Und zum anderen, ich rede auch nicht mehr davon. weil wir nicht sagen, wow, ich bezahle Gebühren, gerade Gebühren, ich bezahle, die Gebühren, die gewöhnen werden bezahlt, also. Ich bezahle die Gebühren, also, jetzt hat man gesagt, ich bezahle Gebühren, also, ich bezahle Gebühren, also. Ja. Das würde ich mal hochwertig behaupten, nur eine sprechliche Frache, ich bin mir so nicht sicher. Ja. Vielen Dank. 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 Poo. Vielen Dank. ... 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal.